Herzlich Willkommen liebe Zuschauer. Michael Amira ist noch mal bei mir. Wir hatten ja schon ein ganz tolles Gespräch. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, aber ich glaube etwas, was die Menschen im Moment bewegt, ist der Aufstieg. Und wir haben es in der letzten Sendung schon ein bisschen angedeutet, es ist nicht so ein Zack, dann sind wir alle oben. Es ist ein Prozess. Aber was ist da wichtig zu beachten? Also wenn wir jetzt, scheiden sich da die Geister sozusagen, trifft ihr das auseinander, dass die einen aufsteigen und die anderen vielleicht noch auf 3D bleiben? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also erstmal, du hast ein schönes Wort gebraucht, John. Ich danke, dass ich auch heute wieder hier sein darf und diesen eingeladen bin und mit euch diesen Interview machen darf. Vielen Dank, auch für deine wunderbare Arbeit. Du hast etwas gesagt von Aufsteigen. Genau das ist das Thema, worum es jetzt geht. Die eigenen Gedanken aufsteigen zu lassen. Es geht ganz wenig um das Materielle. Das ist völlig ohne Bedeutung. Entscheidend ist, dass dieser Aufstieg jetzt gerade in jedem Menschen stattfindet. Aufsteigen bedeutet, den Mut zu haben, seine eigenen Gedanken, seine eigenen Visionen in sich aufsteigen zu lassen, sie in sein Bewusstsein zu bringen, sie anzunehmen, als zu sagen, ja das gehört zu mir. Und sie dann dem Herzen zu übergeben, weil die Herzkraft dann, wenn ich die Energie ausstrahle, genau diese Vision in mein Leben ziehen kann. Jetzt sind wir in einem Zustand, Joe, wo die Dimension der 5 greifbar nahe ist. Dimension der 5 bedeutet, ich denke jetzt, ich fühle, ich erfahre es sofort. Das ist das, was alle Meister uns gelebt haben, vorgelebt haben. Sie haben im Jetzt-Zustand, in ihrer Gegenwart, in ihrem eigenen Universum, jeder hat ja ein eigenes energetisches Universum, ihren eigenen Willen geschehen lassen, deswegen konnten sie sofort schöpfen. Alle Meister, die Materie jetzt realisieren lassen können, heben die Naturgesetze auf, Dimension der 3, und gehen in ihrem eigenen Schöpfungsuniversum bereits in die Dimension der 5 und schöpfen. Ich habe immer mit dem Wort nichts, ich habe immer daran diese Botschaft, Jeschua hat immer wieder gesagt, ihr werdet dann in dieser Zeit größere Wunder vollbringen, als ich sie jetzt gerade vor euren Augen vollbracht habe. Habe ich immer gedacht, wir werden dann irgendwann auch über das Wasser laufen und schweben oder so solche Dinge. Und vor kurzem habe ich den Schlüssel bekommen auf einem meiner Prozesswochenende, weil ich führe gerade, was ich mir ja vorhin gesagt habe, diese Prozesswochenende, weil es gerade jetzt in der letzten Inkarnation, in unserer letzten Inkarnation, wir befinden uns alle definitiv in der letzten Inkarnation, denn wenn Mutter Erde aufsteigt, die Dimension der 3 verlässt, können alle, die auf ihr inkarniert sind, nur entweder mit aufsteigen, dann sind sie auch aufgestiegen, dann ist es die letzte Inkarnation, oder sie beenden vorher ihre Inkarnation, indem sie sterben. Was ja momentan ganz viele tun, auch kurzfristig noch. Es sind ja auch jetzt große Seelen wie Hanja Hajo Bansaf und Bärbel Mo und auch jetzt erst vor kurzem Peter Kummer nach Hause gegangen. Was? Peter Kummer? Peter Kummer ist am 12. September nach Hause gegangen. Oh, okay, wusste ich nicht. Den hatte ich auch schon mal interviewt. So? Ja, klar. Das ist, okay. Ja. Du hast vorhin gesagt, Materie spielt keine Rolle mehr, aber ich lasse mich da mal vielleicht auch die Zuschauer, die jetzt zu Hause irgendwo sitzen und von Hartz IV leben oder so, und sagen, der kann leicht reden, Materie spielt keine Rolle, ich sitze hier und weiß nicht, kann gerade leben mit dem bisschen, was ich so kriege. Was sagst du so jemandem? Oh, das ist ja natürlich eine Frage, die ist gefährlich. Ja, aber gut. Aber es gibt ja so Menschen. Ja, ja, es gibt genügend, es gibt über zwei Millionen. Ich bin zur Wahrheit verpflichtet. Ich habe mich fest dazu entschieden, die Wahrheit zu sagen, aber ich sage sie in Liebe. Deswegen, diese Frage ist eine ganz wichtige Frage, denn sie zeigt, hier gibt es über zwei Millionen Menschen. Und dieses System hat es geschafft, diese über zwei Millionen Menschen ihrer Schöpferkauf zu berauben, denn darum geht es in Wirklichkeit. Diese Menschen haben es zugelassen, dass man ihnen einen Deckel drauf legt, du musst jetzt im Monat mit 400 oder 500 Euro zurechtkommen. Und sie sind so sehr, dass sie, das heißt ja auch dann, wenn du eine zusätzliche Arbeit annimmst, wird das wieder abgezogen. Also sagen viele, ich habe mit Leuten schon gesprochen, die auch bei mir beraten wollen, ich tue nichts, weil das würde mehr abgezogen. Das heißt, sie bringen sich selbst durch das System in eine absolute Abhängigkeit. Das heißt, sie schöpfen selbst nicht mehr, sie lassen schöpfen in einem ganz niederen Löffel. Das ist für mich etwas, was mein Jungfrau-Ascendent, wo mir sehr, sehr weh tut, wenn Politiker, die im Monat vielleicht 15.000 Euro bekommen, Gesetze machen, wo sie dann darüber streiten, ob ein Hartz-IV-Empfänger 3,50 Euro mehr bekommen soll oder nicht. Das können die gar nicht beurteilen. Sie können es definitiv nicht beurteilen. Das kann nur jemand beurteilen, wie du und ich oder diese Menschen. Ich selbst weiß schon, was es heißt, wenn man draußen läuft und ich habe nur noch 2 Euro in der Tasche, Kaffee und Brezel wird ganz eng, aber ich habe einen Freund, wenn ich die 3 Brezeln kann, kann ich nur kaufen und ich weiß, ich kriege von ihm den Kaffee. Also ich kenne diese Situation. Das heißt, wir leben noch in einer Gesellschaft und das ist dringend zu verändern, wo ein Mensch 5 Euro bekommt, und jetzt rechne ich das mal hoch, 5 Euro Stundenlohn auf 160 Stunden, das heißt, er kriegt 900 Euro, ziehe ich die Sozialabgaben, Steuern ab, dann hat er vielleicht 800 Netto. Das ist eine Gesellschaft, die einem Menschen, der bereit ist, jeden Tag Arbeit zu gehen, 5 Tage in der Woche, und dann nicht mal davon leben kann. Das ist das wirkliche Problem, wo gleichzeitig auf der anderen Seite Milliarden von Beiträgen für irgendwelche sinnlosen Dinge ausgegeben werden. Und diese Zustände, die uns alle natürlich tief berühren und die wir gerne verändert haben wollen, werden wir aber nicht in der Materie verändern. Jetzt geht es darum zu verstehen, wenn ich diese Bücher gelesen habe, beweise ich, dass jede Veränderung niemals in der Materie stattfindet. Sie kann nicht in der Materie stattfinden, sondern ich muss auf die Vorursache-Ebene gehen, auf die Bewusstseinsebene. Die Bewusstseinsebene ist immer das Denken. Und das Entscheidende auf dieser Welt ist das morphogenetische Feld von Mutter Erde. Weil das morphogenetische Feld von Mutter Erde bestimmt, wie wir leben. Denn momentan ist aufgrund der Notwendigkeit, Polarität zu erfahren, das morphogenetische Feld von Mutter Erde auf Disharmonie ausgerichtet. Deswegen taktet das morphogenetische Feld von Mutter Erde permanent in die Menschheit und damit in unser Denken hinein Disharmonie. Das führt dazu, dass es viel leichter ist, negativ zu sein, als positiv. Dieses Feld von Mutter Erde ist sogar so weit, es sagt unseren Zellen, dass sie ab einem bestimmten Alter sich nicht mehr automatisch reproduzieren. Das heißt, das Feld bestimmt, dass wir sterben. Warum? Weil nur wenn wir immer wieder sterben, können wir in einem neuen Körper reinkarnieren. Und nur so können wir in kurzer Zeit viele Lebenserfahrungen machen. Würde ich tausend Jahre in einem einzigen Körper leben, würde ich irgendwann alles kapieren. Ich würde gar keine Fehler mehr machen. Ich könnte mich aber nicht mehr entwickeln. Aber auf 5D werde ich jetzt den Körper nicht mehr ablegen, weil er ja nicht mehr so fest ist. Und ich brauche keine Reinkarnationserfahrung mehr, weil ich sie abgeschlossen habe. Ich habe ja alles erlebt, was ich brauche. Das ist das Sinn der letzten Inkarnationen. Ich schließe den Zyklus ab, weil ich alles erfahren habe. Du hast eben die Politiker erwähnt, die natürlich diese Gesetze darüber befinden, was ein Hartz-IV-Empfänger bekommt oder was auch immer. Es ist natürlich noch diese alte Welt. Wie spielen die Politiker eine Rolle bei dem Wandel dieser Welt in diese bessere Welt oder in die 5D-Welt? Sie spielen die Wichtigsten wichtiger als die Mächtigen, weil die Mächtigen selbst nicht wirken können. Die Mächtigen haben ja etwas Fantastisches geschaffen. Sie haben sich im Hintergrund gehalten. Der normale Bürger weiß ja gar nicht, dass diese Kräfte da sind. Sie haben Volksvertreter eingesetzt. Sie haben ihnen auch diesen Titel gegeben. Sie vertreten das Volk. So dass jeder Bürger denkt, dieser Politiker vertritt ja mich, er vertritt meine Interessen. Nur nach der Wahl schauen wir da hin. Sie haben vorher ganz klare Dinge gesagt, die machen das ja gar nicht, was sie jetzt gesagt haben. Und was sie tun, ist überhaupt nicht zu meinem Vorteil. Ich muss weiterhin so viel Sprit bezahlen, nur weil da so viele Steuern drauf sitzen. Und mit den Steuern werden Dinge gemacht, die für mich gar keinen Nutzen haben. Aber das ist etwas, was man vielleicht feststellt oder auch nicht feststellt. Je nachdem, wie bewusst du bist. Deswegen haben die Politiker die Schlüsselfunktion, weil die Politiker müssen als Figuren im Rampenlicht die Entscheidungen, die in Wirklichkeit im Hintergrund getroffen werden, umsetzen. Damit sind die die Schlüsselfunktion. Deswegen habe ich ja auch im Mai diese Botschaft von der geistigen Welt bekommen, dass wir diesen Politikern positive, liebevolle Gedanken zukommen lassen sollen. Denn die Macht unserer Gedanken kann andere Menschen in ihrem Verhalten beeinflussen. Also es ist durchaus möglich, dass die Politiker, die wir jetzt noch mit Argum betrachten, und sagen, ach, die Merkel, dass die im Grunde eine ganz wichtige Aufgabe haben. Und wenn, weil sie ja auch in diesem Bewusstseinsprozess natürlich auch wahrscheinlich, der wird auch nicht spurlos an ihnen vorüber gehen. Ich habe mit einer Bekannten gesprochen, die hat irgendwie in Österreich mit einem Politiker gesprochen, und der sagt, die Leute hier, die reden auf einmal Sachen in den Ministerien, die reden auf einmal über spirituelle Bewusstseinssachen. Also auch in den Bereichen, die bleiben nicht unberührt davon. Nein, sie können ja nicht unberührt bleiben. Aber sie haben immer eine, sie haben ja sich entschieden, in ein System hineinzugeben, wo sie permanent gefordert werden, wo sie permanent Interessen berücksichtigen müssen, die vielleicht der eigenen Meinung total widersprechen, aber wenn du in dieser Rolle bist, musst du das mitmachen. Gerade die Politiker haben so ziemlich die schwerste Aufgabe überhaupt. Aber ich möchte, ich habe nachts mal eine Sendung gesehen mit Heiner Geißler von der CDU, dieses Urgestein der CDU, und der hat in dieser Runde gesagt, es müsste doch mit, also in etwa, es müsste doch mit weiter klar sein, dass das Problem das Geld ist. Aber es ist nicht das Geld, es ist die Verteilung des Geldes. Es ist natürlich daran, dass ein Großteil des Geldes bei ganz wenigen ist. Wir, da hat er allerdings dann gelogen, wir wissen natürlich nicht, wo das Geld ist, hat er gesagt. Aber wir wissen, dass das, die Verteilung des Geldes, das Problem ist. Heiner Geißler in der heutigen Zeit von der CDU hat das gesagt, öffentlich in einer Diskussion. Ich habe gedacht, ich traue meine Augen nicht, aber das ist der Wandel. Ich möchte dir eine Frage stellen, um die Frage zu beantworten. Wenn ich dich fragen würde, Schachspiel, welche Figur möchtest du im Schachspiel sein, was würdest du sein wollen? Also so tendenziell eher weiß, aber... Das habe ich nicht gefragt, welchen Fall wählst du. Ich habe gesagt, welche... Die Figur. Ja. Keine Ahnung, so viel kenne ich vom Schach nicht, aber... Ja, Bauer nicht und König auch nicht, irgendwas dazwischen. Vielleicht ein Wandel oder Turm. Ich würde sagen, der Spieler, der die Schachfiguren bewegt. Okay. Also eine Fangfrage hast du mir gesagt. Nein, keine Fangfrage, sondern darum geht es, wenn es um Politik geht. Was wäre, es ist eine hypothetische Frage, was wäre, wenn alle Politiker Schachfiguren wären? Und was wäre, wenn wir, du, ich, Peter und all die da draußen sind, in der Lage wären, sie in ihrem Verhalten und in ihren Schachzügen zu beeinflussen? Was wäre? Ja, gut, vielleicht ist es ja sowieso so und wir haben im Grunde die Politiker, die wir verdienen. Das heißt, wir haben ja ein Massenbewusstsein, dass möglicherweise... Oder die wir brauchen. Könnte ja auch sein. Die brauchen, die uns dann in einen Bewusstseinszustand bringen, denn je schlechter sie scheinbar sind, umso mehr regen wir uns drüber auf und Aufregung ist eine Gelegenheit, wenn wir wüten werden, dass wir das verändern. Und wir erkennen es halt. Die Politik ist ja im Moment so, dass wir wirklich sehen können, also jeder merkt es langsam. Also wir merken, da läuft etwas richtig schief. In Amerika haben sie einen Versuch gemacht mit sehr kranken Menschen. Sie haben diese kranken Menschen in zwei Gruppen geteilt und sie haben dann beide Gruppen getrennt und für die eine Gruppe wurde gebetet, für die andere nicht. Haben aber die nicht gewusst. Heilungserfolg bei denen, für die gebetet wurde, über 60 Prozent höher. Das bedeutet, was wäre, wenn jetzt plötzlich Millionen von bewussten, liebevollen Menschen permanent unseren Politikern nicht sagen würden, man seid ihr bescheuert? Und ihnen damit diese Energie, bescheuerte Energie, und dann werden sie noch bescheuerter vielleicht. Oder ich schenke ihnen Liebesenergie, Entscheidungsenergie, dass die sich neu ausrichten, dass die selbst erkennen und neue Entscheidungen treffen. Und das machen Millionen von uns. Und weil es Millionen von uns machen, immer das Stärke beeinflusst das weniger Stärke. Wir damit, sie wird sich, und wird sich bei so einer Runde sitzen, die drinnen müssen, entscheiden. Und einer von den Politikerin sagt, nein, ich habe überhaupt kein gutes Gefühl dabei. In der Jetzt-Situation. Ich muss es zwar machen, also ich habe unter Loge gekriegt. Fremden müsste es, aber ich möchte es nicht. Und der zweite Politikerin sagt, ich möchte es auch nicht. Und er sagt, ich auch nicht, denn meine Frau hat gestern gesagt, wenn du weiterhin so komische Sachen machst, weil die haben doch auch alle eine Familie, die haben auch Kinder, die haben auch Menschen um sich herum. Das sind auch Menschen mit Gefühlen. Also da kann durchaus der Wandel auch da... Der kommt garantiert dort. Wir werden eine neue Welt erleben, weil sobald die kritische Masse... Ich bin fest davon überzeugt, Joe. Wir werden bis zum Jahresende die Voraussetzungen schaffen, dass man auf dem genetische Feld neu ausrichten, auf Harmonie. In dem Moment, wenn das passiert, wird Mutter Erde jedem Bewusstsein auf dieser Welt ein neues Update, nämlich ein Update von Bewusstsein, von Liebe geben. Und wir werden vielleicht, diese drei Tage und drei Nächte, von denen wir immer hören, werden vielleicht passieren, Drei Tage Dunkelheit, ja. Dass in dem Moment ein Teil der Menschheit einschläft, wie ausgeschaltet wird. Die Bewussten bleiben wach, sie programmieren endgültig das Feld neu, dann machen alle auf und weil sie aufwachen, haben sie über Nacht quasi ein neues Update bekommen. Sie wachen morgens auf und sind bewusst und sie sind spirituell. Und ein spiritueller Mensch wird andere Entscheidungen fällen. Wunderbar, aber das bedeutet ja im Grunde, dass wir auch sehr viel Einfluss haben im Grunde mit unseren Gedanken. Also wenn ich, du hast es gesagt, wenn ich jetzt denke, die Politiker Merkel ist doof und ach, wenn ich die schon sehe, bestärke ich das ja mit und erschaffe ich sie im Grunde mit so wie sie ist oder könnte ich sie... Ich lasse sie in ihrem Prozess, das ist etwas, was in der Partnerschaft zum Beispiel ganz, ganz wichtig ist. Wenn ein spiritueller Partner, oft sind ja so, dass in der Partnerschaft noch einer spirituell ist, egal, Mann oder Frau oder andere nicht. Und jetzt versucht der andere, zwar wünscht sich, dass der andere auch anders wäre, aber wenn du dich mit ihm unterhältst, würde er immer sagen, ja, der andere tut es nicht, der andere will es nicht. Das heißt, mit jeder Aussage, die ich über den anderen treffe, verstärke ich das vorhandene Verhalten dieses Menschen, weil ich gebe ihm ja die Energie. Er kann sich nicht verändern, weil ich auch nicht glaube, dass er sich verändern kann. Genau. Und das ist mit unseren Politikern eben auch das Ding. Wir sollten denen also das zutrauen, dass sie sich verändern können. Ja. Es sogar in unserer inneren Vision schon sehen, wie die da plötzlich da vorne hinstehen und sagen, wir können das so und so nicht mehr machen, wir haben uns für das und das entschieden. Ja, und freie Energie war ja auch mal toll, dass sie auf einmal sagen, wir entscheiden jetzt, also jetzt gibt es noch Autos, die mit Wasser fahren. Ja, das haben wir jetzt allgemein durch. Es wird ab morgen, werden die ersten Fahrzeuge von Band laufen, wir werden sie zu einem Selbstkostenpreis von 1000 Euro pro Fahrzeug anbieten und es muss nie wieder getankt werden. Das wäre eine Vision, die wir jetzt brauchen. Und wir haben im Grunde auch mit Einfluss darauf, das heißt... Nur wir, es gibt keine andere Gruppe auf dieser Welt, die das interessiert. Acht Milliarden unbewusste Menschen wissen gar nicht, dass sie Schöpfungsfähigkeiten haben. Naja, und die Zuschauer, die jetzt am Computersitzenden bewusst.tv gucken, die haben das, sonst würden sie es nicht anschauen. Aber sie sind sich oftmals ja auch nicht bewusst. Doch, sie sind, ja. Aber wir machen es ihnen nochmal bewusst. Genau, wir erinnern sie nochmal dran an das, was sie schon wissen und sie sitzen da und sagen, das habe ich schon gewusst, ich wollte es schon tun, jetzt habe ich mich dran erinnert, jetzt tue ich es auch. Das ist im Grunde die Arbeit, die wir machen. Wir erinnern eigentlich nur die Menschen an das, was sie eigentlich wissen. Was in ihnen schon drin ist, was sie schon gefühlt haben, was sie vielleicht schon dreimal vorgenommen haben und spätestens heute Abend, wenn sie das sehen, aufstehen und sagen, okay, eins ist klar, jetzt liegt es an mir, was ich tue. Ich habe ein gutes Gefühl bei meinem Partner, ich gehe jetzt auf ihn zu, nehme ihn an und sage, ich liebe dich. Weil das habe ich mich immer von dem Partner gewünscht. Das, was wir von anderen uns am meisten wünschen, ist das, was wir erstmal selber geben dürfen. Ja. Jetzt wird es nie kommen. Ja, und uns selber lieben ist ja auch so ein Programm, etwas, wo wir uns vielfach mit schwer tun, oder? Weil es uns anders erklärt wurde. Diese christliche Lehre, Jeschuhas Lehre, wurde ja umgedreht. Es wurde gesagt, liebe deinen Nächsten. Jeschua hat gesagt, nein, ich habe das nie gesagt. Was ich wahrlich gesagt habe, ist, liebe zuerst dein Selbst. Dann wird es dir leicht fallen, alle anderen Selbste zu lieben. Also ist die Selbstliebe das Wichtigste überhaupt und damit eigentlich der positive Egoismus. Mich in dem Zentrum meines Lebens zuständig ist das Wichtigste. Aber mit Selbst ist jetzt nicht das Ego gemeint, der sagt, ich, 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 sondern das Höre, das, was ich eigentlich bin. Ja, die Seele, die Liebe. Genau. Das bewusst machen, also das auch unterscheiden. Ja. Also, wir sind in dem Prozess des Aufstiegs. Wir können eben aktiv Anteil nehmen oder es beschleunigen, im Grunde, indem wir unsere Gedanken in die Richtung lenken, die wir haben möchten und uns unsere Gefühle. Und vor allem unsere Gefühle nutzen, weil sie sind der Treibstoff. Ein Gedanke alleine hat keine Verwirklichungskraft. Ein Gedanke ist nur die Hülle, der Rahmen, das Glas. Damit sich das Glas füllt und wir das schon haben, brauchen wir Energie und Energie liefern nur Gefühle. Also das Entscheidende ist nicht unser Gedanke, das ist nicht das, was du denkst. Es ist wichtig, welche Gefühlsenergie du in den Gedanken hineinpackst, weil die Gefühlsenergie zieht es an. Das einzig Wichtigste sind unsere Gefühle. Jetzt gilt es darum, alle Gefühle in uns anzunehmen und vor allem die Gefühle auszuwählen, die wir haben wollen. Ja, aber wir denken natürlich, Gefühle sind das, wir reagieren oder unsere Gefühle reagieren auf das, was ist. Das heißt, entweder es ist irgendwas, was uns Angst macht, dann habe ich das Gefühl der Angst oder ich sehe jemanden, wo ich mich verliebe, dann habe ich das Gefühl der Liebe. Also das Gefühl ist nicht etwas, was ich aktiv steuern kann. Unsere Gefühle kann ich nicht steuern. Oh doch, das ist das Gefühl. Das ist das, was wir nicht können oder wir denken es oftmals. Ja, wir denken es, aber entscheidend ist, dass unsere Gefühle abhängig sind von unseren Gedanken. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, also der Joe macht für mich, ich weiß nicht, ob der jetzt ein wirklich ehrlicher Kerl ist und der hat vorhin auch so komisch geguckt und dann trägt er seine Haare so komisch, alle, die so die Haare kurz haben, das sind in der Möglichkeit solche und solche. Das sind alles Fakten, die wir aufgrund unserer Erfahrungen. Dann würde ich immer mehr dich anders wahrnehmen, als du bist. Durch mein Denken. Wenn ich aber, weil ich fühle dann, dass du ein komischer Kerl bist und dann werde ich unsicher und dann verhalte ich mich unsicher. Jetzt fühlst du plötzlich, dass ich so komisch bin. Du gehst auch auf Abwehr, du bist auch nicht mehr offen und so passieren dann die Dinge. Wenn ich aber sage, boah, der strahlt, wenn ich mein Gefühl habe, der strahlt ganz, der ist angenehm, so wie der aussieht, das ist ein angenehmer Mensch, der ist so wie ich, dann strahle ich das aus, du nimmst das wahr und du verhältst dich genauso. Verhalten gestaltet immer Verhältnisse. So wie ich bin und in der Welt auftrete, so kommt die Welt zu mir. Also es ist ganz entscheidend, dass wir den auch entscheiden können, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir den anderen wahrnehmen und dadurch kommen, also es ist ja, glaube ich, die Gefahr, dass man im Grunde nur noch reagiert auf die Welt und sagt, die Welt ist schlecht und was soll ich da machen? Und im Gegenteil ist es eben wichtig zu erkennen, ich kann sehr viel machen und zwar das positiv angehen, aber ich will auch einfach nur mal für die Zuschauer, die jetzt zu Hause sitzen und denen geht es nicht so gut, nehmen wir jemanden an, der krank ist. Ich habe hier einen Hartz IV-Anfänger angesprochen. Jetzt sagt er hier, er hat meine Gefühle, aber jetzt sitze ich hier zu Hause, habe Schmerzen und der sagt mir, ich soll einfach positive Gefühle haben. Bevor wir zu dem Krankheitskümmern, das mit Hartz IV, weil ich das wichtigste, dass du es angesprochen hast. Ich würde jeden bitten, der momentan da sitzt und nicht über finanzielle Fülle verfügt, zu erkennen, dass jeder Mensch in sich das Schöpfungspotenzial trägt, jeder Mensch hat in sich Talente, Gaben und Fähigkeiten. Ein Hartz IV-Empfänger, dem wurde eigentlich ausgeredet, dass er Talente, Gaben und Fähigkeiten hat, dem wurde eingeredet, dass er eigentlich nur durch eine Arbeit, die er für einen anderen erbringen muss, was in der Regel nicht anders als moderne Sklaverei ist, das ist definitiv so. Er gar nicht mehr in seine Werte, sondern er meint, er bekommt etwas, weil er etwas tut. Aber zurückzukommen und zu sagen, nein, nein, wir bekommen, der Fluss des Universums hängt immer von Gaben, Talenten und Fähigkeiten ab. Sobald ich meine eigenen Gaben, Talente, Fähigkeiten erkannt habe, den müsste sich jeder mal fragen, was kann ich besonders gut, sprich, was macht mir besonders Freude. Sobald ich etwas tue, was mir Freude macht, bin ich im Fluss und immer wenn ich im Fluss bin, kriege ich auch Rückfluss, Fülle, Rückfluss. In der Regel müssten vermutlich die meisten Hartz-IV-Fänger etwas anders tun. Sie müssten anfangen, einen neuen Beruf, eine neue Aufgabe zu wählen und nicht mehr zu versuchen, im Alten voranzukommen, weil das ist oft der Grund von Arbeitslosigkeit. Ich bin die Arbeit los, Es hat nicht mehr gepasst. Um frei zu sein für etwas Neues. Zu den Menschen, die Krankheiten haben. Also ich kann ja nur immer pauschale Antworten geben, weil jeder Mensch in seinem eigenen Universum etwas ganz Spezielles ist. Aber allgemein gesagt ist Krankheit ein deutliches Zeichen, dass der eigene Seelenweg nicht erfüllt wird. Das, was selbst vorgenommen wurde, wird momentan nicht gelebt. In aller Regel aus Angst vor und aus dem Wunsch, möglichst alles beim Alten zu lassen, also Angst vor Veränderung. Das ist eigentlich meist das Hauptthema. Und im Zweiten aus, Dinge sich zu Dingen zwingen zu lassen in der Partnerschaft, im Beruf, im Umfeld, die wir selbst gar nicht wollen, wo wir gerne Nein sagen würden, es uns aber nicht getrauen, denn wir denken, wenn wir uns abgrenzen würden, Nein sagen würde uns der andere nicht mehr lieben. Und wir wollen ja geliebt werden, also tun wir lieber Dinge, die wir eigentlich gar nicht wollen. Das wird auf körperlicher Ebene in einem gewissen Zeitrahmen zu körperlichen Erscheinungen. Das heißt, wenn die Seele nicht mehr gelebt wird, das eigene Kraftpotenzial nicht gelebt wird, wird der Körper krank. Die erste Frage, die ich mich immer stellen würde, ist, wenn ich krank geworden bin, ist, okay, ich bin krank geworden, weil ich vorher gesund war. Also es ist ein Zustand, der gemacht wurde, der aber rückgängig machbar ist. Was will mir diese Krankheit sagen? Das war immer die erste Frage. Eine Krankheit ist immer eine Botschaft der Seele. Wenn ich mir dann Bücher von Luise Hay zum Beispiel herannehme und sage, okay, es ist eben jetzt bei mir das Knie. Ich habe eine ganz fantastische Botschaft bekommen, nachdem mir eine Dame angerufen hat, die eine Verhärtung hat, in Form von einer speziellen Körperstelle, hat sich eine Verhärtung gebildet, hat mir die geistige Welt folgendes gesagt. Alle Verhärtungen sind in Wirklichkeit nichts anderes als vorher lange Zeit gedachte, wütende, verhärtende Gedanken und Gefühle. Jetzt aber eins, unser Körper ist unser bester Freund. Er hat alle verhärteten Gedanken an einer einzigen Stelle zusammengezogen. Das heißt, der Körper hat bereits die Arbeit für uns gemacht. Er hat alle diese Energien, die wir uns erlaubt haben zu denken und fühlen, für uns schon gesammelt und hat sie in einer Verhärtung zusammengepackt. Erstes Gefühl, das er jetzt in der Moment entstehen sollte, dem Körper gegenüber, danke, dass du das für mich gemacht hast. Und nicht das Gefühl, blöder Körper, du hast da ein Problem, das will ich ganz schnell loshaben. Das bedeutet, wenn ich jetzt schnell loshaben werde, werde ich es nicht loshaben, ich werde es verstärken. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Energiepaket verstehe, dass der Körper das für mich gesammelt hat, ich als erstes in die Dankbarkeitsenergie reingehe, habe ich eine ganz andere Energie. Ich bin dankbar, dass ich es an einer Stelle gesammelt habe, Arbeit schon gemacht. Zweiter Schlüssel ist, ich gebe dann wieder der geistigen Welt, den Erzengeln die Aufgabe, diese verhärteten Gedanken, die ich irgendwann mal gedacht habe, wieder zu lösen. Dem ich ihnen sage, bitte löst diese Gedankenenergien jetzt auf, wandelt sie bitte um in Licht und Liebe und sendet sie allen Menschen zu, mit denen diese Gedanken in Verbindung stehen, weil in der Regel diese Gedanken mit bestimmten Menschen und Situationen zusammenhängen. Wenn ich sie aber vorher transformiere in Licht und Liebe, das ist die Aufgabe eines Energiearbeiters, gebe ich sie zurück und der andere bekommt sie umgewandelt in Licht und Liebe. Und dann lösen sich diese energetischen Pakete ganz schnell auf und der Mensch wird gesund. Du hast ja vorhin das Buch von Luisa Elhay erwähnt und es gibt andere Richtungen, sogar die neue Medizin. Im Grunde gibt es immer Zusammenhänge zwischen bestimmten Krankheiten und bestimmten Themen. Wenn ich das, was ich mit dem Herzen habe, ist klar, da fehlt irgendwo die Liebe. Die Selbstliebe. Wenn ich drei Katheter gesetzt bekomme, dann habe ich den Zugang zu meinem eigenen Herzen nicht mehr und er muss künstlich gelegt werden. Die Sprache ist so, wenn ich Nierenprobleme habe, dann geht mir etwas an die Nieren. Meistens ist es da Partner, wo ich eben nicht meine Interessen vertrete, sondern duckmäuserisch werde so lange, bis es mir an die Nieren geht. Wenn ich nicht mehr schlucken kann, ich kann es nicht mehr schlucken, was ich jahrelang gemacht habe. Also die Deutsche, deswegen liebe ich so sehr die deutsche Sprache, weil sie vermutlich wie keine andere Sprache zweideutig ist. Sie sagt auch immer gleich das Symptom, den Grund. Genau, also da gibt es viele Wege natürlich. Du hast in deinen Büchern, das ist natürlich auch ein Thema, aber wie gesagt, es geht in die Lösung. Und zu erkennen, man braucht jetzt gar nicht mehr in die einzelnen Organe so genau und in die Medizin reingehen, sondern einfach erkennen, da hat sich was im Körper jetzt manifestiert, was eigentlich gedanklich erstmal schon da ist. Und wenn ich das erkenne, kann ich es ja auch schon sehen. Also ich würde immer auf körperlicher Ebene empfehlen, wenn es notwendig ist, einen Arzt zu brauchen, immer zu einem Arzt zu gehen. Das sagt schon der Name. Ein Arzt ist jemand, der etwas verarztet. Wenn eine Wunde blutet, kann ich einfach sagen, jetzt denke ich nur positiv, überlege mal, warum bin ich jetzt verletzt, warum fließt das Blut da? Aha, Lebensfreude ist gerade dabei, mich zu verlassen. Ich habe gerade dem entsprechenden Gedanken und ich lasse es halt laufen. Das wäre ganz sicher der falsche Weg. Ich sage, ich muss immer, die Erstbehandlung ist das Wichtigste. Ich muss das körperliche Symptom sofort wahrnehmen und wenn notwendig verarzt, und dazu brauche ich einen Arzt. Aber der zweite Schritt wäre, wenn die Wunde verschlossen ist, weil sie genäht ist oder am Pflaster auf ist, wäre die nächste Frage, warum ist das geschehen? Warum habe ich mich selbst verletzt? Warum habe ich mir ins Fleisch geschnitten als Beispiel? Und dann mein Leben anzuschauen. Ja, in der Partnerschaft momentan. Ich sage permanent, ja, obwohl ich schon lange Nein sagen möchte. Ich tue permanent das, was der Partner, wo ich meinte, er möchte, aber ich möchte es selbst gar nicht. Im Beruf, ich tue permanent bei meinem Chef etwas sagen, was ich eigentlich gar nicht möchte. Ich möchte eigentlich da gar nicht mehr sein. Ich habe das jetzt seit 20 Jahren gemacht. Das steht mir eigentlich hier. Ich habe gar keinen Bock mehr, das zu machen. Es langweilt mich. Am liebsten würde ich eigentlich in die Natur gehen. Ich würde mit Pferden was machen. Ich würde gern heilen. Ich würde das. Ich würde gerne. Ich würde gerne. Das zu machen, das ist die Aufgabe. In der Regel kommt dann auch ganz schnell Heilung. Du hast eben gesagt, das in die Natur und was mit Pferden. Also das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Wir sind natürlich in einer Welt, die sehr unnatürlich ist. Wir haben sehr vieles. Unnatürlich, ja. Wir haben uns sehr getrennt von der Natur und merken jetzt, was es mit uns macht, dass das Essen nicht mehr gesund ist, dass wir in Betonklötzen nicht glücklich leben können und so weiter. Das heißt auch immer wieder ein Aspekt rauszugehen, in der Natur, finde ich. Ja, unbedingt. Sich permanent mit Mutter Erde, sich immer bewusst zu werden, der Boot ist Mutter Erde, der Stuhl ist Mutter Erde. Wir sind permanent von Mutter Erde umgeben. Das heißt, wir können uns gar nicht irgendwo einschließen, denn alles, was uns einschließt, ist Mutter Erde. Alle Materialen dieser Welt sind Mutter Erde in verschiedenen Baustoffen. Das heißt, sich immer wieder bewusst zu machen, dass dieser Planet uns permanent trägt. Das allein schon über die Beine, immer wieder sich mit Mutter Erde zu verbinden. Interessanterweise ist ein geerdeter Mensch ein Mensch, der in Fülle ist. Oder umgekehrt, ein Mensch, der in Fülle ist, ist ein geerdeter Mensch. Und wie machst du das immer wieder bewusst, dich zu erden? Ganz einfach, ich stelle meine Beine auf Mutter Erde, werde mir bewusst, dass das, worauf ich gerade stehe, Mutter Erde ist. Direkt, direkt. Egal, ob es jetzt hier dieser Estrichboden oder der Teppichboden ist, das ist egal. Es ist immer Mutter Erde. Weil alle Materialien von Mutter Erde kommen. Es ist alles aus der Erde. Es kann nichts nicht Erde sein. Okay. Und dann stelle ich mich einfach hin und dann fühle ich, ich fange immer an über das Atmen. Der Atmen ist der Schlüssel von allem. Sobald ich anfange, bewusst zu atmen, alle Meditationstechniken laufen auf bewusstes Atmen, komme ich zu mir, sobald ich bei mir bin, bin ich in meiner Schöpferkraft und dann in meiner Bewusstheit stelle ich mir vor, wie ich meinen Atem aus meinem Bein hinein in Mutter Erde damit verbinde ich mich. Das merke ich dann, als ob ich Saugnäpfe hätte. Ich werde angezogen von Mutter Erde und dann stelle ich mir immer vor, wie aus meinen Beinen Wurzeln in Mutter Erde hineinwachsen und ich mich mit ihr verwurzele. Und dann habe ich auch richtiges Gefühl, dass ich geerdet bin. Ein wichtiges Thema ist, glaube ich, jetzt auch Vertrauen, wenn wir den Aufstieg haben. Wie gesagt, viele Menschen haben Ängste und Sorgen, weil die ganze Welt natürlich irgendwo in Aufruhr ist. Das ist aber natürlich auch scheinbar nur oder es ist ein Ausdruck dessen, was im Moment im Wandel ist. Wie komme ich ins Vertrauen? Also das Erden ist das eine und kann ich wirklich sagen, ich möchte, ja, wie kann ich das machen? Ich bitte darum, dass ich mir vertrauen kann oder dass mir gezeigt wird? Ja, eine Bitte ist immer gut, aber ganz einfach, Selbstvertrauen bedeutet ja, zu haben ist der Schlüssel von allem. Wenn, in Amerika haben sie Versuche, also haben sie Umfragen gemacht mit Studenten, die jetzt fertig waren und haben gefragt, was brauche ich dir jetzt, weil es ging es draußen in die Welt, sich vorzustellen bei Firmen. Ja, Selbstvertrauen wäre jetzt das Wichtigste, was sie sich wünschen, einfach sich, Selbstvertrauen bedeutet schon, ich soll meinem Selbstvertrauen steckt da drinnen. Das heißt, ein unbewusster Mensch wird in aller Regel wenig Selbstvertrauen haben. Warum? Weil er sein Selbst nicht kennt. Je mehr ich mein Selbst kenne, je mehr ich weiß, wer ich bin, umso mehr werde ich anfangen, mir zu vertrauen. Warum? Ganz einfach. Wenn ich dich überhaupt nicht kenne und du möchtest von mir fünf Euro haben oder etwas, eine Hilfeleistung und ich kenne dich gar nicht, ist es nämlich nicht so einfach, als wenn ich dich schon zehn Jahre kenne, ich weiß genau, was du tust, wie du es machst. Und das bedeutet, je mehr ich mich selbst kenne, und heute gibt es ganz viele Möglichkeiten über Numerologie, Astrologie, Namensanalyse, den eigenen Aszendenten zu kennen, das heißt, wenn ich mich mit diesen Dingen beschäftige, diese Dinge haben mir geholfen, zu erkennen, wer ich bin. Meinen Selbst zu erkennen, meine Fähigkeit, meine Talente, meine Gaben habe ich dort erkannt. Das heißt, je mehr ich mich mit mir selbst beschäftige, werde ich merken, dass ich in Wirklichkeit ein göttliches Wesen bin, dass das Göttliche in mir selbst ist, dass ich Teil meiner Seele bin. Daraus entsteht, aus dieses, das war für mich die Haupterkenntnis, die mich ins Vertrauen gebracht hat, dass ich meine Seele bin, dass meine Seele und ich eins sind und dass die Seele nur einen Wunsch hat, durch mich wundervolle Erfahrungen zu machen, nämlich diesen Seelenplan. Damit weiß ich mittlerweile, dass in meinem Leben, seit ich dieser, meiner Seele wieder mich übergeben, also den Rück verbunden habe und meinen Seelenplan aktiviert habe, dass nur Dinge in mein Leben kommen, die dem entsprechen und meine Seele wird alles dafür tun, für mich die guten Dinge in meinem Leben zu führen, die zu meinem Seelenplan gehören. Deswegen habe ich tiefstes Vertraue. Ich weiß immer, alles was auf mich zukommt, kommt auf mich zu, weil es sinnvoll ist. Je einfacher es kommt, ist ein deutliches Zeichen, alles was einfach und leicht geht, wie mit deiner Wohnung, mit deinem Haus. So typische Zeichen, das ist nur an einem Tag und da nicht und da nicht. Ganz typisches Zeichen, dass das Fügung ist. Das heißt, je leichter Dinge gehen, umso sicherer ist es, dass es zu mir gehört. Je schwerer etwas geht, umso deutlicher es zu einem Nein nicht. Immer der Moment, wenn ich merke, es funktioniert noch nicht so oder ich habe Zweifel, sage ich ihm erst Nein. Es ist immer das Beste, wenn ich unsicher bin, Nein zu sagen. Da bin ich nicht auf der sicheren Seite, weil wenn es zu mir gehört, wird es wieder kommen. Einmal, zweimal, dreimal. Die geistige Welt hat ganz starkes Interesse, permanent die Dinge in unserem Leben zu führen, die zu uns gehören. Okay, wunderbar. Nun, du hast ja viel Wissen, du hast mehrere Bücher geschrieben, das heißt, die kann man sich reinziehen. Du machst, was machst du im Moment? Vorträge, Seminare, in welcher Form? Nein, ich habe hauptsächlich die Tour 2012, um die Ankanate, die dort draußen, diese über 700.000, Deutschland, Österreich, Schweiz, vor allem Deutschland, Österreich, Schweiz, wieder in ihre eigene Kraft zu bringen, indem sie sich erkennen. Und das Zweite, dazu machen wir den Abend, eine Meditation, wir haben es auch gestern wieder gemacht, wo sie sich selbst wieder aktivieren, weil ein Ankanate kann sich nur selber aktivieren, indem er wieder diese geheimen Worte ausspricht. Geheime Worte? Ja. Die kriegt man aber nur dann auf dem Semin. Nein, die könntest du auch jetzt sofort bekommen, wenn du möchtest. Möchte ich ja nur, nicht nur für mich, ich denke nicht nur an mich, sondern an die Zuschauer. Ist das was für alle, kannst du sagen? Alle, die sich selbst wieder aktivieren möchten. Die höchste Schöpfungsform ist, wichtig ist aber, dass ich das natürlich in einer Zerung, also wenn ich es energetisch aufbereite, mir bewusst bin, was ich in dem Moment tue und dann diese Wörter ausspreche und die höchste Schöpfungsform sind, dass ich bin. Sobald ich wieder öffentlich vor Zeugen ausspreche, wer ich bin, werden meine Trillionen Zellen, Moleküle, Atome, weil auf den Zeitpunkt warten sie. Wir sind ja nicht in einem Körper, der erscheint uns fest, aber er ist in Möglichkeit, zusammengesetzt aus Trillionen, Einzelteile, Moleküle, Atome, die alle ein eigenständiges Bewusstsein haben, die alle in der fünften Dimension oder höher bereits sind. Sie sind bereits höchstes Schöpferpotenzial und die warten darauf, bis das menschliche Bewusstsein sich selbst wieder aktiviert. Sie warten auf diesen Zeitpunkt und dann bringt dieser Körper, diese Schöpfungskraft, die wir sind, diese reine Energie, uns in unsere Macht. Das ist auch ein großer Schlüssel, Macht wieder anzunehmen, um zu schöpfen. Die Selbstermächtigung. Ja. Und das heißt einfach, ich bin. Ja, was ich bin. Wunderbar. Also, ich danke dir für das, was du mit uns geteilt hast. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll und ich hoffe, wir können viele erreichen. Du willst die, wie heißt das? Anna? An-An-Kanaday. Wo kommt das her? Das ist aus der Sprache Lemurisch-Atlantius, der Elohim-Sprache und heißt Hüter und Hüterin von Mutter Erde. Und wir werden nicht hoffen, sondern wir erreichen jetzt gerade Tausende und Abertausende von Menschen. Genau, das hast du mir auch noch beigetragen. Jetzt sind wir, die Sprache. Ich neige dazu, immer noch vorsichtig zu formulieren, weil man ist ja unsicher, also ich versuche das, aber das ist schon falsch. Also ich versuche es nicht, ich mache es. Genau, du entscheidest dich vorher, mach es oder mach es nicht. Wenn ja, dann tun wir es. Und in dem Moment tun wir es und wir sehen bereits, dass wir es erreichen. Und das gibt ihm diese Schöpferkraft. Wunderbar. Vielen Dank, Michael. Ich danke dir, mein Freund. Wunderbar. Vielen Dank.